G-Day, Germany Day, Deutschlandtag, heißt es am 5. November und auch am 6. November 2019. Deshalb müsste dieses Event eigentlich Germany Days heißen. Ein Event von Silverine, von dem britisch-italienischen Strategiespiel-Publisher und von Gamesplanet, dem Shop, mit dem ich selber auch zusammenarbeite und wo man Strategiespiele und andere Spiele preiswerter bekommen kann. 5. und 6. November gibt es über einen speziellen Code, der da heißt G-Day30, über meinen Shop-Link, den findet ihr in der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube, zusammen auch mit diesem Gutscheincode per Copy & Paste könnt ihr den übertragen, gibt es sämtliche Spiele von Silverine mit einem Zusatzrabatt von 30%. Das heißt, selbst die Spiele, die im Augenblick preisreduziert schon sind, und alle Spiele von Silverine zu den gerade aktuellen Preisen, davon gehen nochmal 30% runter, wenn man diesen Gutscheincode an der Kasse einlöst, also dann, wenn man das Spiel kaufen möchte, eine Code-Maske angezeigt bekommt, wo man solche Codes reinlegen kann. Das betrifft zum Beispiel solche Spiele wie Fantasy General 2, das ich auf Streamer, heute am 5. November ab 12 Uhr bis 14 Uhr in einem neuen Format, das da heißt Mittagspause mit WB, Lunch Break Stream, streame ich dieses Spiel gemeinsam mit dem Studioboss der Entwickler, mit Jan Wagner von Owned by Gravity, den Wiener Entwicklern, von 12 bis 14 Uhr. Den selben Tag, darauf folgend, noch andere YouTuber und Streamer, die ebenfalls an dem Event beteiligt sind, die haben andere Spiele von Silverine ebenfalls in ihrem Programm, und alle diese Spiele und alle diese Streams werden auch gehostet auf dem Twitch-Channel von Silverine. Im Text unterhalb dieses Videos findet ihr alle Termine dieser Streams und auch die Channel der Kollegen, wo diese Streams ausgespielt werden. Mein eigener Stream zur Mittagszeit läuft übrigens parallel hier auch auf YouTube, ihr könnt euch also frei entscheiden, wo ihr da schauen möchtet. Also, dieses Spiel, Fantasy General 2, ein Rundentaktik-Spiel mit Rollenspiel-Aspekten, ebenfalls Field of Glory Empires und auch Field of Glory 2, Spiele wie Battlestar Galactica, Deadlock, Weimar 4DK, Gladius, das erste VORX-Spiel im Weimar 4DK-Universum, diverse andere Weimar 4DK-Spiele, dann Aggressors, Ancient Rome, ein VORX-Spiel in der römischen Antike, Panzerkorps und viele andere Silverine-Titel gibt es allesamt mit diesem 30% Zusatzrabatt in Verbindung von diesem Gutscheincode und meinem Shoplink. Heute und morgen am 5. November und am 6. das läuft aus, am 6. November, Mitternacht, also um 23 Uhr, 59 Minuten und 59 Sekunden. Alle Infos dazu in der Textbeschreibung des Videos auf YouTube. Außerdem habe ich im Augenblick zwei spezielle Community-Gutschein-Codes für unsere Riding Bull-Community bei Gamesplanet. Zum einen für den Football Manager 2020, der kommt in Kürze heraus am 19. November durch unseren Community-Gutschein-Code TOR mit gleich 10 O's natürlich geschrieben, gibt es 10%-Punkte Zusatzrabatt. Jedes O also einen 1%-Punkt. Kein Gag. Dadurch reduziert sich der Preis des Spiels vom Standardpreis knapp 55 Euro auf nur noch 42 Euro. Außerdem gibt es noch ein Community-Gutschein-Code für Immortal Realms Vampire Wars. Der Spiel erscheint erst am 20. März. Das ist ein Fantasy-Rundentaktik- und Rundenstrategiespiel. Habe ich auch schon einen ersten Preview-Livestream gehabt für euch. Da gab es jetzt eine Preisänderung und zwar eine Preiskürzung. Das Spiel kostet jetzt mit unserem Community-Gutschein-Code, mit dem 5% Zusatzrabatt, denn es darüber gibt nur noch etwas mehr als 30 Euro. Alle Gutschein-Codes, alle Shop-Links, die dazu passen, gibt es in der Textbeschreibung des Videos. Das Besondere hier bei Immortal Realms, wenn man das Spiel vorbestellt, auch bei Games Planet kann man jetzt bereits die Beta-Version des Spiels zocken. Und noch ein anderer Hinweis. Heute Abend am 5. November erscheint ebenfalls Planet Zoo. Dieses Spiel streame ich euch als Release-Stream an diesem Abend von 20 Uhr bis 24 Uhr und an den darauffolgenden Tagen Mittwoch den 6. ab 20 Uhr, Donnerstag den 7. ab 20 Uhr, Freitag nicht, aber dann Samstag den 9. wiederum ebenfalls ab 20 Uhr. Ihr Lieben, das gibt es bei mir zu sehen, das gibt es auch, wenn ihr möchtet, zu kaufen. Bis dann, tschüss!